Der Kuhstech ist eher ein Schwung, den den Angreifer dem Gegner körperlich unterlegen ist. Er ist ein Überraschungsschwung und braucht eine gewisse Kraft. Sie greifen die Beine normal. Der Tonschwinger schaut eher, dass er tiefer ist als der Gegner. Er zieht den Gegner an sich hin, macht einen Schritt zurück und zieht ihn über seinen rechten Fuss. Der Fussstich ist eine absolute Spezialität des Publikumslieblings Hans-Peter Pelle. Mit diesem Schwung hat er bis ins hohe Alter von 40 Jahren noch die gröbsten ins Sackmeld geleitet.